Willkommen in Potters Bluff Ihr hört es ja von selber 2020 und 2021 waren ja nicht so prickelnd, was das Kinojahr anging aufgrund von Corona und verschiedener Einschränkungen waren das wirklich die zwei schlechtesten Filmjahre seit Ewigkeiten und 2022 ist ein bisschen besser gewesen, aber auch noch nicht wir sind noch nicht voll auf dem Dampfer und ich habe das Gefühl, ich bin auch noch nicht voll auf dem Dampfer ich habe viele Filme erst sehr spät nachgeholt ich war nicht so oft im Kino wie sonst immer und ich hoffe, dass sich das nächste Jahr bessert ich filme schon wieder gut, ich war gestern auch in zwei Filmen aber wir müssen wieder zurückkommen wieder alle ins Kino zu gehen runter von den Couchen, weg von den Streamern und wieder ins Kino gehen das ist unsere Hauptaufgabe und das nicht nur zu den großen Massenfilmen wie einem widerlichen Avatar oder Top Gun zum Beispiel aber nichtsdestotrotz mache ich hier die besten Liste für dieses Jahr die Top 10 diesmal in den vergangenen Jahren ist mir sehr schwer gefallen die Top 10 zu machen, weil es waren so viele Filme dabei und dieses Jahr bin ich gerade so auf meine Zähne gekommen muss ich sagen es gab viele mittelmäßig bis halbwegs gute Filme die ich aber einfach nicht wirklich gesehen habe für eine Top 10 deswegen habe ich die alle rausgelassen ich gebe nachher noch eine kleine honorable mention ich möchte einfach nur mal sagen, dieses Kinojahr ist wirklich trotzdem noch sehr schwach auch wenn es besser ist als die zwei Vorjahre habe ich das mit zum Beispiel einem mittelmäßigen Jahr in den 2010ern vergleicht zum Beispiel 2015 was da ging, also das kann man überhaupt nicht mehr vergleichen mit dem was jetzt geht also das Kino ist gerade in einer ganz schweren Phase wir sind einer der repressivsten Zeiten aller Zeiten was das Kino angeht fast schon wieder auf 50er Jahre Niveau was die Feigheit angeht die ganzen Themen sind sehr schwach und alles ist so dümpelt so vor sich hin in so einer Melasse aus Mittelmäßigkeit und es ist schwierig dieses Jahr dennoch gab es ein paar Highlights ich kann natürlich meine ganzen Kollegen überhaupt nicht verstehen die ihre Bestenisten machen ja es war ein starkes Jahr da waren so viele gute Filme dabei nein, also entweder schaut ihr nur zu viele neue Filme dass ihr denkt, das ist jetzt der neue Standard aber dann ist eure Latte schon sehr tief gesunken also wenn wir nur einmal schwierig, 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 schwierig ich will jetzt nicht zu lange rumfaseln ich fand an mit ein paar Honorable Mentions die mir auch Spaß gemacht haben und die einfach nicht auf einer Top-Liste sehe da gab es zum Beispiel jetzt an Weihnachten den wunderbaren Violent Night mit David Harbour als Santa Claus der hat Spaß gemacht war ein netter Action-Film mit sehr vielen 90 Jahre, 80 Jahre Referenzen quasi stirbt langsam mit einem Weihnachtsmann kann man fast sagen John Leguciamos aufgetaucht hat Spaß gemacht Violent Night The Menu von vielen in ihrer Bestenliste denke ich mir auch Leute, das ist ein guter Film aber auch nicht mehr das ist nicht mehr es ist eine nette Allegorie auch viele Sachen die man da rein projizieren kann auf die Restaurants sehen natürlich offensichtlich aber auch aufs Filmemachen auf Klassensysteme und so weiter und so fort alles gut Ralph Fine spielt alles top aber es ist trotzdem nur ein mittelmäßiger Film es tut mir leid Crimes of the Future unser guter Freund David Kronberg hat endlich wieder einen Film gemacht leider merkt man ihn jetzt aber auch langsam an es ist ein bisschen erschöpft seine Erzählweise er hat quasi immer noch sehr tolles Worldbuilding also das Wahnsinn was er da macht hier allein schon Breakfast und die ganzen Sachen die in dem Film vorkommen unter anderem den ersten Organjob der Filmgeschichte das müsst ihr dann selber nachgucken was das ist hat Spaß gemacht Vico Mortensen und so weiter aber es war schon so an der Grenze zur Selbstparodie weil man alle seine Themen wieder aufgenommen hat aber sie deutlich schwächer erzählt hat und ja nichtsdestotrot hat er Spaß gemacht wäre auch ein toller Abschluss für seine Karriere aber ist natürlich weit 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 entfernt von seinen Höhen also das muss man schon jetzt ganz klar sagen und da können sich die ganzen Filmkritiker auch nichts schönreden die einfach nur alles gut heißen wo ein Name drauf steht dann hatten wir Nightmare Alley von Guillermo del Toro ziemlich am Anfang des Jahres 2022 ganz kurz im Kino gewesen dann von Disney aus dem Weg geräumt um es dann auf den Streamer zu packen sehr cooles Remake von der Charlatan mit Tyrone Power damals in der Hauptrolle jetzt aber mit Bradley Cooper und ich muss sagen hat er seine Arbeit sehr gut gemacht der Film ist sehr gut geworden finde ich hat auch Spaß gemacht war ziemlich das hat wirklich war wirklich ein guter Film aber wie viele andere Filme auch in dieser Zeit leidet auch in der Krankheit es da unbedingt über 2 Stunden gehen muss was ich absolut nicht verstehe ist auch eine Kritik an vielen Filmen die ich jetzt vorstellen werde die trotzdem in der Top 10 sind aber fast alle zu lang 2020er Filme sind alle zu lang ich verstehe das nicht kann mir mal das eine erklären Instagram und alles hat quasi unsere Aufmerksamkeitsspanne ruiniert TikTok noch mehr aber die Filme werden dehnen sich und dehnen sich und dehnen sich und werden länger mit sehen die man früher rausgeschnitten hätte die in der Deleted-Scenes-Abteilung gelandet werden von der Blu-Ray die sind jetzt im Film die sehen werden alle zu lang ausgespielt also das ist ein allgemeines Problem nicht nur von einzelnen Filmen es ist zur Zeit jeder Film muss über 2 Stunden gehen stinknormale Comedy gehen 2 Stunden 20 wo ich mir denke warum? sorry ist sinnlos ja wie gesagt Nightmare Early und dann haben wir noch die Eberhofer Filme gingen weiter mit dem Google-Hupf-Geschwader regionales deutsches Kino das Spaß macht sind nette Komödien kann man auch immer schauen dann Jackass Forever Jackass 4 hat mir sehr Spaß gemacht die alten Hautdingen wieder zu sehen sie haben nichts verloren von ihrer Infantilität und es macht immer noch Spaß es ist sehr heftig denn jetzt dadurch dass sie nicht mehr so viele Stunts machen können geht es jetzt nur noch in die Weichteile um das zu kompensieren das sehr lustig war aber leider natürlich ohne Ben Magera was das Ganze ein bisschen sehr sehr bitter gemacht hat und natürlich auch der erste Film nach Ryan Dunns Tod das heißt die Jackass Crew ist stark dezimiert hat auch ein paar neue Mitglieder die aber natürlich bei Weib nicht so kultig sind dann gab es ein paar Filme die möchte ich erwähnen die waren für mich Enttäuschung aber dennoch okaye Filme aber okay ist hier das Stichwort nicht gut okay wir hatten Amsterdam von David O. Russell der wirklich so vor sich hin dümbelt auch viel zu lang ist und einfach nichts zu bieten hat außer Christian Bale in einer wunderbaren Rolle wenn es nur Christian Bale wäre wäre das auch fast 1 fast gewesen aber leider haben wir da auch noch die anderen Figuren von Margot Robbie und wie heißt er? Washington der Sohn von Nancy Washington aus Tenet ihr wisst, was ich meine die leider sehr blass neben Christian Bale bleiben und die ganze Story dümbelt sich vor sich hin und mit einem Ende das man schon tausend Mal gesehen hat dann hatten wir She Set das Hollywood Debüt von Maria Schrader deutsche Regisseurin die sich wirklich zu 99% bei Spotlight bedient und den Fall von Harvey Weinstein aufrollt in dem die New York Times das veröffentlicht hatten wir kam ein bisschen in den Fokus der zwei Reporterinnen und anderen von Carrie Mulligan gespielt ja guter Film aber nichts Neues bleibt immer auf der sicheren Seite bloß keine Ambivalenzen reinbringen Harvey Weinstein ist an allen Schuld wir haben keinen aus seinem Umkreis keiner wird beschuldigt jeder wird Hals aus der Stinke gezogen außer Harvey was einfach nicht sein kann ja ein Film der sich viel viel mehr hätte trauen müssen und das größere Problem anpacken können anstatt es auf eins zu fokussieren und damit das Problem wieder kleiner zu machen fand ich ja und dann wie gesagt jede ästhetische dramaturgische Entscheidung ist eins zu eins auf Spotlight geklaut der alles fünfmal besser macht und fünfmal auch ein besserer Film ist leider auch eine sehr große Enttäuschung ebenso war Glass Onion ganz nett war interessant der Feier hat am Ende auch dann Sinn gemacht das war dann auch lustig bla 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 aber die Figuren sind so überzogen das ganze Setting hat den ganzen Verhandlungs und Knives Outward so schön atmosphärisch hat Spaß gemacht ein gutes Rätsel aufgebot und Glass Onion ist jetzt einfach schon wieder so an der Parodigrense mit so Figuren wo man unbedingt alles aktuelle Weltgeschehen reinpacken muss mit Gewalt und da macht Glass Onion dann leider auch viel falsch und ist auch viel viel zu lang und abschließend möchte ich noch mit unserem guten Freund Gaspar Noé der hat Vortex gemacht Endlich hat er mal was anderes gemacht außer seine belanglosen Provokationsfilme ich konnte die Scheiße nicht mehr sehen Love 3D war der letzte Müll wie hieß der andere Film? ich hab schon fast vergessen ähm ach Climax Käse dann hier noch ach ihr kennt doch seine ganzen Filme für mich ist Gaspar Noé einster experimenteller Filmer der mal Glück hatte ein paar gute Schauspieler gehabt zu haben in Menschenfeind und in Irreversibel und mit Enter the Void ist er allerdings für mich auch in The Void gegangen aber hier bei Vortex zeigt Erlebniszeichen macht endlich mal was was auch Substanz hat und zeigt hier Dario Argento nochmal in einer Hauptrolle ich find Dario Argento ist hier das bewundernswerte nicht Gaspar Noé ähm und ja Vortex war auch gut aber auch wieder gesagt Gaspar Noé ist der überschätzteste Typ in der Filmszene und ähm naja so aber jetzt genug Geschwafel das waren meine Oral Vengeance die leider auch durch die Bank weg leider ein bisschen sehr mittelmäßig waren da war auch nichts dabei wo ich jetzt sagen muss wow die haben es knapp reingeschafft ne eben nicht es ist halt auch so fangen wir an mit meiner mit der Top 10 gleich mit der 10 und zwar das ist Everything All At Once von ähm Daniel Kwan und Daniel Scheinert wenn ich mich richtig erinnere die Daniels sozusagen äh A24 Film ähm der auch eine relativ einfache Geschichte erzählt aber das so äh kompliziert und äh verschachtelt macht dass das wirklich Spaß macht man weiß hier dass hier jemand sich jahrelange Gedanken gemacht hat um das alles ineinander zu bringen aber im Endeffekt ist es eine sehr einfache Geschichte die man äh kompliziert erzählt aber das aber auch zugunsten der äh Emotionen nicht zugunsten der Komplexität wie es ein Tenet macht der dann total auf langer Strecke versagt und beim zweiten Mal spätestens beim zweiten Mal sehr sehr langweilig wird äh Everything Everywhere All At Once ist grandioses äh Kino macht Spaß ähm hat für mich leider ihr Humor trifft mich leider gar nicht ich also ich kann nicht über ihre Witze lachen ich finde die haben einen ganz fürchterlichen Humor ganz billiger Humor viele äh Studenten äh an der Uni bei mir die sprechen so und da denken wir boah kein Humor und es ist halt auch leider ein Film für eine Generation die keine Ahnung hat was Kung Fu Filme sind also wer ähm Michelle Yeoh vorher nicht gekannt hat dann tut es mir auch leid wenn man das jetzt erst entdeckt und dann denkt oh ich habe eine ganz neue Welt entdeckt ja das hast du das hast du dann gehen wir ein paar Jahre zurück und schauen nach Hongkong und dann werden dir die Augen rausfallen deswegen werde ich auch leider nicht die Kampfszenen so hoch bewerten wie viele andere weil ich kenne es nun mal besser das ist halt sehr gut man sieht Michelle Yeoh hat es komplett drauf alle anderen eher nicht und das wird mit dem Schnitt und äh gewissen Effekten überdeckt alles andere macht Spaß erinnert mich so einem als ob sich Matrix mit äh Rick und Morty gekreuzt hat für kurze Zeit und ja viele Gags sind natürlich ja wie gesagt fallen eher flach äh muss man leider sagen die emotionale Story ist dann auch nicht so komplex wie man denkt Jamie Lee Curtis hat eine coole Nebenrolle ähm die taucht übrigens in beiden Listen auf Flop und Top 10 ich glaube ihr werdet wissen was auf der Flop 10 ist ähm ja das war's zu everything everywhere all at once unbedingte Schauempfehlung ähm aber lasst euch nicht so sehr hypen der Film ist gut aber auch nicht so gut dann haben wir Nummer 9 mit der schlimmste Mensch der Welt ein Film aus Skandinavien äh von Joachim Trier wenn ich mich recht erinnere mit Renata Revisve ich hab seinen Namen vergessen Renata Renive oder sowas äh er wurde betitelt als eine romantische Komödie für Leute die romantische Komödien hassen ähm die erste Stunde des Films hab ich mir gedacht hm sehr viel Geplänkel und so weiter aber dann zieht der Film richtig an erwischt einen emotional an vielen Ecken und Kanten äh erzählt viele Wahrheiten auch unangenehme Wahrheiten die man sich dann selbst stellt auch grad hier in der Filmszene wo viele zusammen unterwegs sind die Szene wo der äh kranke Freund von ihr über sein Leben reministiert und über seine Sammelleidenschaft naaa das trifft hat auch mich getroffen aber auch äh viele Szenen mit ihr sind grandios geworden ähm der Film bleibt relativ weit vom Kitsch weg die große Szene die auch auf dem Cover zu sehen ist ähm wo die Zeit sich so anhält fand ich leider sehr unnötig und hat den Film für mich eher nicht so bereichert ich fand das auch sehr interessant umgesetzt aber man hat natürlich gesehen sie haben halt einfach gestanden und man hat halt die Kamera bewegt damit man nicht so sehr sieht das ist einfach ein Leutes in die Summe aber das war's leider nur äh äh nichtsdestotrotz erzählt der Film seine Story Astrein äh es trifft harte Realitäten im Leben auch äh diese ähm absoluten äh Supergefühle und äh hundertprozentige Sicherheit die viele Rom-Coms haben äh umschifft er weil das ja im Leben normal nicht so ist und deswegen hat er es schon verdient aber auch meiner Meinung nach wie Everything All At Once sehr sehr überbewertet übrigens auch viel zu lang zwei Stunden zehn geht dieser Film Everything All At Once zwei Stunden zwanzig auch zu lang sorry ähm genau dann haben wir Platz Nummer acht Man von Alex Garland äh den ja viele äh sehr gefeiert haben durch seine Filme Ex Machina und ähm die Auslöschung ähm ähm ich muss sagen das ist der Film von den drei die mir am wenigsten gefällt aber sehr gut erzielt und mit Rory Kinnair der hier mehrere Rollen spielt im Film alle Männer im Film quasi ähm fast alle äh ist das schon ein sehr sehr guter Film mit krassen Effekten am Ende sehr sehr heftig sogar äh der für mich ein bisschen zu künst gekünstelt ist manchmal aber was auch in der Story selbst liegt aber er ist gruselig ja tolles Sehen versteht seinen Horror wirklich gut hat sehr verstörendes Sehen äh hat aber dieses ähm Problem auch was viele äh so Film äh Kritiker Lieblinge haben er will sehr symbolhaft sein damit man sehr viel rein interpretieren kann damit man waa 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 machen kann und sein ähm sein äh Hintergrundwissen anbringen kann dass man vor dem Film recherchiert hat mit allen Interviews und dann sagen kann hey ich hab den Film total verstanden und ich benutze das Wort Sujet anstatt Thema aber das ist eine andere Geschichte Man völlig verdient auf Platz 7 jetzt komm äh Platz 8 Entschuldigung Platz 7 hat Top Gun Maverick jetzt werden natürlich viele sagen hey du hast die anderen so kritisch angekangen Top Gun Maverick das ist doch so ein äh Militär geiler Film der äh eigentlich total dämlich ist und total ist Popcorn blablabla ja ist er aber so verdammt gute Action-Szenen sorry Leute das sind echte Jets die echt geflogen werden ich kann es nicht nochmal sagen in einer Kinolandschaft in der jede einzelne Action-Szene von CGI überlastet ist bei dem man nicht einmaliges Gefühl von Gefahr hat ist Top Gun mit seiner Oldschool-Haftigkeit ein frischer Wind so so weit sind wir gekommen Top Gun macht Spaß ist dramaturgisch Astrein äh äh gebaut und das ist für mich Propaganda aber mal ganz ehrlich das ist Popcorn-Propaganda wie es Tarantino gesagt hat Leute wer das ernst nimmt der hat es eh total verrissen ich weiß viele Amerikaner nennen wir den Film Bier ernst aber Leute der Film wirkt eigentlich so man 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 wartet von einer Action-Szene zur anderen Action-Szene inzwischen hat man werbeartige Clips keine Ahnung und dann hat man natürlich die Beach-Football-Szene die natürlich auch äh sehr äh erinnert an Top Gun 1 natürlich von ähm Tony Scott und man muss natürlich sagen ähm man hat hier wirklich so dieses wirkliche 80er Jahre frühe 90er Jahre Action-Film Gefühl auch von Jerry Brockheimer produziert der auch Don Simpson im Vorspann nennt der schon tot ist ich muss sagen es ist wirklich selten worden dass man das noch fühlt dieses richtigen Adrenalinkick im Kino und wer den Film nicht auf einer Riesenleinwand gesehen hat in Dolby Atmos der hat echt was verpasst das ist für mich das Mainstream-Highlight des Jahres gewesen und so sehr ich diese Filme auch manchmal äh in dem Sinne nicht mag weil dann nur Leute reingehen die einmal ja ins Kino gehen die gehen in Top Gun und Avatar und das war's dann wahrscheinlich ähm muss man den Film trotzdem zu gutheißen die sind aber auch dafür da das Kino zu retten weil die Leute halt reingehen das ist jetzt auch ein Zahlenspiel also es muss auch mal wieder Leute ins Kino reingehen das bringt ja nichts wenn wir jetzt nur Arthouse-Filme bringen wo 20 Leute im Saal sitzen man muss den Saal auch mal füllen damit die Kinos wieder Geld kriegen und dafür ist Top Gun wirklich super geeignet gewesen und eigentlich ein alter Film der ja 2 Jahre verschoben wurde genau dann kommen wir jetzt zu den wirklich guten Filmen nein zu der oberen Hälfte äh mit Nummer 6 und zwar mit The Card Counter von Paul Schrader mit Oscar Isaac in der Hauptrolle sehr reduzierter Low Budget Film der genau weiß was er macht äh extrem extrem guten äh Figuren darstellt was ja Paul Schraders Haupt Anliegen ist also Paul Schraders Karriere natürlich sehr 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 durchwachsen obwohl er aber auch er ist halt ganz unten und manchmal ganz oben also das ist der Wahnsinn er fängt an mit 3 wunderbaren Drehbüchern äh seine besten ist natürlich Taxi Driver kennt natürlich jeder äh Rolling Thunder und äh Hardcore alle 3 Desserts äh Ablandungen dann hat er lange Zeit auch viel Käse gemacht aber auch äh seinen absoluten Tiefpunkt erreicht mit The Canyons zum Beispiel aber dann sich zurückgearbeitet letztendlich mit seinem letzten Film First Reformed und jetzt mit The Card Counter ist er wieder wirklich ganz oben muss ich sagen und ich bin sehr beeindruckt dass Paul Schrader sich zurückgekämpft hat wenn man ihn erfolgt er hat auch viele gesundheitliche Probleme äh muss ich sagen hier wird auch diese äh Thematik wieder eingegangen mit den Kriegs äh äh Volterreihen in äh Abu Ghraib und so weiter und das wird hier super verarbeitet mit einer typischen Paul Schrader Figur die Oscar Isaac sehr gut verkörpert und einem American Gigolo Ende das wirklich toll ist der Film ist sehr in sich hat eine sehr gewalttätige Atmosphäre zeigt aber auch unbedingt nicht so viel zeigt die Casino Welt äh der sich errettet und sich sein eigenes Gefängnis baut in den Hotelzimmern und hat dann auch ein sehr schönes Ende und eine sehr schöne Mittelszene in so einem Art mit so einer Art ähm Lichterwelt der eine der romantischsten 10. Jahres für mich und dafür fand ich The Card Counter sehr gut Platz Nummer 5 geht an The Black Phone von Scott Derrickson mit Ethan Hawke in der Hauptrolle als The Grabber äh sehr gute Story von Joe Hill dem Sohn von Joe äh äh von Stephen King ähm es ist ein Film wo man sagen muss okay das habe ich schon oft gesehen schon vielmal gesehen aber es ist so konsequent und so gut verfilmt so stilistisch sicher Soundtrack grandios Kamerarbeit grandios äh in der Mitte ist ein Spannungsmoment eine lange Spannungsszene die war dieses Jahr das Spannendste was ich im Kino gesehen habe und dafür ist The Black Phone toll jetzt könnte man sagen der Film wäre ein bisschen einfallslos äh weil er sich an so vielen Klischees bedient aber er setzt die so gut um und dreht sie ein bisschen um und da muss man sagen wirklich und der Film hat eine absolute Härte auch was auch einfach äh ne ich meine auch physisch angeht am Anfang die Szene wo der Vater seine Kinder misshandelt ist äh das krasseste im Film muss ich sagen noch schlimmer als die Szene mit dem Mörder und ähm dafür muss man Black Phone schon hochhalten was er für einen Realismus in diesen diese Szene reinbringt und auch die Zeitperiode wird wunderbar ähm erzählt ähm also Black Phone ist für Horrorfans ähm finde ich einer der Filme des Jahres gewesen und auch für alle anderen einen absoluten Blick wert Platz Nummer 4 ist Blond von von Andrew Dominik mit Anna Dermas als Marilyn Monroe ein Mosaikartiger Albtraum im Mulholland Drive Stil der viele Leute natürlich vor den Kopf gestoßen hat der aber endlich mal wieder Risiken eingeht mal nicht auf der sicheren Seite ist wie alle anderen Filme und das ausspielt und dafür bricht er die volle Breitseite abgekriegt der Woken Kritik der Filmkritiker die sich sehen oh misogyn bla 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 äh die den Film schon vorneweg verurteilt haben und aber einfach einen der wunderbarsten Filme des Jahres verpasst haben der sehr sehr ähm einen runter zieht und sehr sehr fertig macht aber es ist einfach ein großartiger Film und Andrew Dominik ist einer der interessantesten Regisseure unserer Zeit ähm ich meine äh er arbeitet sehr selten aber wenn man es in den anderen Filmen sieht Killing Him Softly äh die Abordnung des Jesse James durch den Falkling Robert Ford Chopper ähm der jetzt bald wieder äh rausgebracht wird von Cape Light Pictures ist einer der interessantesten Regisseure die zur Zeit arbeiten äh Blond ist für mich ein kleines Meisterwerk äh äh müsste aber vielleicht ein bisschen ausgewogener sein und ähm ihr müsst das einfach von vorne weg als Fiebertraums sehen wie in Malhallen Drive aber wenn man mal Malhallen Drive sieht wird natürlich ein bisschen was von Blond abgezogen ähm aber nichtsdestotrotz spielt der Film auch wunderbar mit der Technik es ist der schönste Film des Jahres ähm was die Kameraarbeit angeht also wirklich was hier gemacht wurde äh in den verschiedenen Formaten in den verschiedenen Stilrichtungen ähm ist ästhetisch kaum zu überbieten ähm ähm wunderbar und Anna Dermas ist hier auch wirklich ähm ähm furchtlos Platz Nummer 3 geht an Nope von Jordan Peele und endlich kann ich äh Jordan Peele mal endlich Lob preisen nachdem ich Get Out und ähm ähm also wir unfassbar überbewertet fand mit 2-3 guten Szenen aber der Rest fand ich total Hanebüchen ein Mist ja er bringt äh die Rassenthematik mit rein ja er bringt ähm ähm Rassismus mit rein in Horrorfilme das gab's aber auch schon vorher ähm und er ist halt natürlich jetzt einer der ersten schwarzen Regisseure das so erzählen darf im Horrorgenre und dann auch auf diesem hohen Niveau aber mit Nope hat er sich wirklich selbst übertroffen hat wirklich einen Mainstream-Film geschaffen der richtig funktioniert in verschiedenen Facetten und sich wirklich auch bei einer Dynamik von der Weiße Hai bedienen mal zwei Hälften so äh das Mysterium, den Horror und dann die Mission äh es zu erledigen äh wunderbarer Film mit einem der coolsten Rückblenden aller Zeiten mit der Sitcom um den Affen ähm Daniel Kaluuya macht ja auch was sehr gefährliches finde ich für den Schauspieler was ich ihm sehr kurde anrichten muss er spielt diesen Mann so introvertiert und zurückgezogen dass viele sagen er macht ja gar nichts oder weil man halt nicht richtig hinguckt wenn man von seinem Scheiß-Handy nicht hochgucken kann ähm der macht da aber wirklich was ganz tolles und spielt ein interessantes ein sehr interessantes Dynamik als Geschwisterpaar was man ja auch selten sieht im Kino mit äh Kiki Palmer glaube ich die Nebendarstellerin die viel Effekt auf Keks gibt ich fand sie sehr erfrischend im Kino und ähm ja das ganze hat wirklich tolle Szenen ist grandios gefilmt grandios gefilmt mit IMAX hat ein paar zwei Szenen dabei die waren wirklich auch mit dieses Jahr das Horror Highlight überhaupt äh die sehr stark an Act X erinnerten oder an großartige alte Filme ich möchte noch nicht spoilern worum es geht viele haben es wahrscheinlich schon gehört aber ich sag nicht worum es geht ja nope und ja wenn er so weitermacht und jetzt auf diesem Kurs bleibt bin ich auch letztendlich ein John Peer Fan nachdem ich wie gesagt Get Out und Ass nicht so gut fand dann haben wir ähm unsere zwei ersten Plätze und ich kämpfe immer noch mit mir was ich jetzt auf Platz 1 tue und was auf Platz 2 schwierig ähm aaaaaaah aaaaaaah also ich weiß es nicht ich kann es euch nicht sagen ich könnte ich einfach nicht beide Filme sagen und ihr setzt ihn dann auf Platz 1 und Platz 2 mir egal ne das ist feige oder? das ist feige ja ok ich mach es jetzt einfach da dran fest wo ich am meisten Spaß hatte was aber auch unfair ist weil ich bei beiden wirklich Spaß hatte haaaaaaah na gut Platz Nummer 2 ist ich gebe dem Außenseiter diesmal vorrang und nehme den Film nicht zuerst nehmen wollte auf Platz 2 Platz Nummer 2 ist Licorice Pizza von Paul Thomas Anderson oder wie ihn die coolen Film Kids nennen PTA nein es ist Paul Thomas Anderson der hier mit Alena Heim Alena Heim und Cooper Hoffman die zwei größtes geilsten Schauspieldebüts dieses Jahr vollbracht haben ein wunderbarer Film der uns zurücknimmt in die End 60er Anfang 70er in Los Angeles in Pasadena glaube ich und vollgestopft ist mit grandiosen Gastauftritten von John Penn Bradley Cooper uns wunderbar die Zeit mitnimmt und einfach schwelgen lässt an der schützten Liebesfilme überhaupt des Jahres und einfach mit einem fantastischen Soundtrack einer wunderbaren Visualität also der kommt auch ganz nah am blond dran Paul Thomas Anderson ist natürlich einfach ein Kino-Kind ein total besessener dieser diese Art und wie gesagt ein sehr toller auch rumhängen Film das ist so für mich sein Once upon a time in Hollywood wenn man das so sehen kann mit einem kleineren Maßstab und ja ganz toller Film Spaß gemacht ohne Ende mit einer wunderbaren Ästhetik und hier stimmt wirklich alles das Ligusch Pizza ist verdient auf Platz 2 einer der größten Filme dieses Jahres kam relativ im Frühjahr raus ich möchte auch nochmal sagen meine Liste ist natürlich auch eine klassische Liste wir sind hier in Deutschland also geht es vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 mit den deutschen Releases ich lade mir nichts vorher aus dem Internet runter ich kriege keine Screener-Kopie ich kriege keine Presseführung von Filmen die schon vorher rauskommen das ist eine deutsche Liste wollte ich nochmal sagen weil ja viele hier im Internet unterwegs sind und denken nein wir sind hier in Deutschland ich habe diese hier alle im Kino gesehen ok dann kommen wir auf Platz Nummer 1 und das ist X von Ty West X der Film in dem das junge Drehteam versucht ein Porno zu drehen irgendwo in der Wallachai in Texas glaube ich weiß ich das gar nicht mehr und dann dreht sich der Spießleiter um und es wird ein blutiger Eilzraum X ist absolut frisches Blut für das Slasher Kino der hat unendlich Spaß gemacht mit einer wunderbaren Mia Goffin Hauptrolle der Film wird jetzt auch ausgedehnt auf eine Trilogie in dem noch Pearl kommt und Maxine aber das ist jetzt erstmal egal X ist an sich wunderbar gefilmt macht Spaß ist sehr brutal sehr sehr schönen Humor schwarzen Humor und dreht diese ganze Slasher Sache mal um indem die Motivation des Killers mal umgedreht wird zu allem anderes was man im Slasher Genre kennt und somit wird was Neues geschaffen in den 70er Jahren ist natürlich der Hammer da seht ihr die Vorbilder Texas Chainsaw Massacre und so weiter und so weiter und so fort ganz viele Filme Eden Alive und Doby Hooper werden hier verbraten wir haben tolle Darstellungen wie gesagt Mia Goff und ein Make-up das ist das also ich war immer sehr stolz darauf ich konnte in allen Filmen das Make-up sofort durchschauen ein Mod für zwei Grand Budapest ich wusste wer das ist ich wusste dass das das Make-up ist ich wusste wer da drunter ist und hier war es wirklich das allererste Mal in meinen Filmschauen in den letzten 10 Jahren wo mich ein Make-up wirklich getäuscht hat wo ich am Ende gelesen habe und gedacht fuck ok Mia Goff hat eine Doppelrolle und das fand ich Make-up technisch ist die größte Leistung die dieses Jahr vollendet wurde das ist wirklich noch nie passiert und da war ich auch ehrlich zu mir und habe es wirklich nicht erkannt dazu kommt einer der besten Credit Songs aller Zeiten für Ex was unfassbar passt Jenna Ortega die mir schon in Scream 5 positiv aufgefallen ist obwohl ich den gehasst habe die natürlich jetzt auch mit ihr Wednesday Room sehr bekannt worden ist auch verdient ich finde das eine tolle junge Darstellerin die mehr zu bieten hat glaube ich und ich glaube die wird sehr groß werden wenn sie so weitermacht und sich nicht abbringen lässt X von Ty West ist mein Platz 1 des Jahres als alter Slasher Aficionado müsst ihr das natürlich verstehen aber auch für alle anderen ist es einfach ein frischer Wind im Horror Kino und wer das nicht sieht der ist leider blind das war's von meinen Top 10 ich hoffe es hat euch gefallen ihr könnt mir gerne eure Top 10 darunter schreiben was ihr von den Filmen haltet wie ihr allgemein des Jahres 2022 fandet wie gesagt vielleicht findet ihr es ja auch ganz gut aber wie gesagt für mich ist es ein mittelmäßiges Kinojahr mit ein paar einzelnen Ausreißern nach oben wie ihr gesehen habt der Rest ist eher so sehr in der Mittelmäßigkeit versunken vielen Dank fürs zuschauen habt ein schönes Leben geht ins Kino und macht's gut Ciao bis jetzt Avengers 7 werden die Vielen Dank.